Hands up, we're colours Oh 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 oh, oh 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 One, hand two, hands up, we're colours Oh 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 diesen Einwurf in der Nachtspielzeit mit Showeinlage also da habe ich dann wieder weniger Verständnis für ehrlich gesagt meinen Ball nochmal küssen am Ende eines solchen Spiels aber doch nicht, wenn du 0,1 zurücklihst weiß nicht, ob wir uns das nochmal anschauen können also es gibt ja alle möglichen Arten noch richtig viel aus deinem Flitzbogenkörper rauszuholen nur noch mal richtig einzuwerfen, aber das ist die Frage, wahrscheinlich haben die auch diese Idee, wie werde ich bekannt oder wie komme ich garantiert ins Fernsehen, aber so und er hat es geschafft, er hat es geschafft, aber so will man es doch vielleicht nicht, oder? Also und das vor allem, wenn du damit noch einen Teil Nachspielzeit verdammelst. Das war's für heute. 1. Auf Wiedersehen. 1. klatsch, du bist du? 1. 2. 3. 1.